ARPFEL, ERBBEER, ZITRONE Das ist die Heimatstadt von dem... Mh... Siehchen Du hast... Fug... Fug... Hammer Fugelhammer... Der steht auch im grünen Kann ich das weg machen? Nö... wieso? Mit... Dreieck... Müsste ich dann da entfernen Echt? Mhm... Oh... Ah, dann kannst du unten deinen... Vollerzimmer drauf tragen Oder Vita, oder... Ich hätte jetzt fast gesagt Restar Ist das wieder was anderes? Ja... Ich glaube jetzt sind wir bald alle durch Jetzt müssen wir bloß noch ein Microsoft-Spiel finden Fable, aber da fällt mir nix ein außer Heilung Hm, was macht das? Was da so groß war? Ja, da werde ich den Kommissar ziehen Zu dem Rindviel Zu dem Rindviel Ach ja genau Zu dem Rindviel Lass mich rein! Ich finde die Stadt sieht ganz gut aus Hat ein bisschen was von Venedig Ist in dem Moment natürlich schade, dass man jetzt hier niemand da rumlaufen sieht, ja? Ist ja auch ne Traumstadt Ja, ich sag nur Aber kannst du halt nix Kannst du die Kiste schieben und dich wieder auf dem Rückbildchen? Nö Das ist zu schwer Mir gefällt dieses Action-Adventure Warum hast du dann noch nie Kingdom Hearts gespielt? Ja! Frag ich mich echt? Ich hab das Tutorial gespielt von Kingdom Hearts Hast du nicht? Doch Ich war dabei Das war das richtige Spiel Und du hast dann irgendwann gesagt Oh scheiße Du hast es in Necke geworfen Guck mal 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 Genau so wie bei Kingdom Hearts Ja Mhm Bei Kingdom Hearts springe ich auch Guck mal Beim Krokodil Das Viech Das kenne ich auch irgendwo aus dem 13. Teil glaub ich Das ähnliche Echsen Du kannst doch auch die FF 15 kaufen, wenn du durch bist, leih dir meine PS2 mit Kingdom Hearts 1 und 2 aus und ich nehme das. Und dann tauscht du nicht mehr zurück. Ja. Ne, ich habe doch auch Kingdom Hearts 1 und 2. Ha, ha, ha. Da ich beide Teile original besitze, kann man ihm das auch für die Dinger in die Hand drücken und dann zockt es auf dem Rechner. Das sehe ich genauso. Stimmt davon immer auch, oder? Würde ich sogar empfehlen, weil du es dann hochscaldieren kannst von der Auflösung her. Sieht um Längen besser aus. Ja, das ist wie bei der GameCube. Ich habe es versucht, Kingdom Hearts 2 auf einem 42 Zoll LCD. Verkies es. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Kingdom Hearts 1 ist aber viel schlimmer. Ja, solange es halt auf dem Rechner dann hochreht, dann kannst du es alles wunderbar. Nein, ich wollte das große Video. Das einzige, was mich das aufregt, ist das Kingdom Hearts Game für ein 3DS. Findest du nirgends wo mehr. Es ist komplett ausverkauft. Echt? Ja. Dream Drop Distance? Echt? Hm. Also ich find's weder bei Amazon, bei Ebay noch in irgendwelchen anderen Leben ging. Ich hab's mir zur Zeit von nem Kumpel, Kumpel ausgeliehen. Eines Kumpels Kumpel. Ja, eines Kumpels Kumpel. Jo. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Viel Spaß noch, bis später irgendwann. Eingeschränkt? Platz kriegen. Will ich nicht. Ähm. Ja, das könnte der... der etwas abgeänderte Eis-Zaubernern sein. Mhm. Jo, ich kann die Viecher ja nicht angreifen. Ja. Vogel. Mit dem Hammer auf die Schlammer. Ist ja der Hammer? Ne. Ist ein scheiß Erfolg aus WoW. Okay. Der heißt, der heißt im Deutschen so. Mit dem Hammer auf die Schlammer. Total anstrengend, dass ich das nicht vergesse. Ja, Moment. Das ist ein großes Ding. Ich bin mir zu mitten. Ja, ich glaube, es hat das... Und erstmal durch die Seitenstraßen. Ganz schön viel versteckt da wo wir. Mhm. Ist ganz gut. Woll ich hier schon? Ja, das war dein Geschenk. Der Platz Regen. Ah. Ich bin mir grad voll im Weg. Der ist ein richtiger Jugendlicher. Der nimmt zwei Stufen mit einem Schritt. Mhm. Da geht's dann raus. Was? Was ist das da drüben? Da kannst du dir eine Kidna sporen bestimmt. Das ist ein Fragezeichen. Das ist ein Fragezeichen. Das ist ein Fragezeichen. Oh. Was ist da? Ich bin da oben. Rund oder da oben? Oben drüber. Hm. Also ich würd mal sagen eher oben drüber. Ja. Der hat grade mit 162 getroffen. Jetzt trifft er nochmal mit 64. Sieht aus als ob das wohl so ein absichtlich gemeinte Kombo ist. Also erst Schwert und dann halt in der Kombo den Hammer. Das könnte dann ja. Oder ich hab mich verguckt. Kann natürlich auch sein. Bewies. Wirst du wieder Tag nach Wächter oder Wetterbeckse? Ja ja Tag nach Wächter. Ach ne Wetter. Ich will kein Wetter. Oh. Jetzt hab ich Wettergewix. Ich will das Wetter nicht wixen. Na ja. Wier. 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 Jetzt hab ich jetzt mal richtig krass geruckelt. Hm. Brave Drop. Auf modernen Konsolen. Ist halt schade dass es ruckelt. Ich bring's nicht nur zum Ruckeln. Ich bring's zum Getschen. Nochmal mein Gott. Das passiert in jedem Spiel. Ich glaub da bist du schon angelaufen. Hm, da war's zumindest auch an einem ähnlichen Fleck warst du schonmal. So, dann wollten wir irgendwo hoch, aber jetzt die Frage, guck mal da, am besten hoch. Geradeaus die Treppe hoch. Nach rechts. Oh. Gutes Wasserrad, ne? Mhm. Mhm. Good job. Wow. Wow. Der kann nicht so hoch springen. Scheiß Knirps. Ja. Was tun? Was passiert, wenn du das Fragezeichen gehst? Würde ich jetzt erstmal nicht wissen. Jetzt wird ein Anlauf. Nein. Nein. Es hängt da an der Kante fest. Ich höre das Ding. Komm. Oh, ich will es den�. Jetzt ist doch so hoch. Wurs, das auf die Fragezeichen, die Grünen dafür? Okay. Ich geh mal um den Vogel. Eigentlich. Oh, komm da, ist ein Geschenkvater. Meteorbombe, okay. Kannst du die Dinger vielleicht irgendwie zum Zauberer abschießen, quasi? Hm. Wahrscheinlich zwar nicht, aber... Ich denke nicht. Dann kann's probieren. Am besten von dem, wo ich zehn Stück hab. Kannst du immer wieder aufladen. Stand da. Ich hab's im Fragezeichenfeld bekommst du einfach den... Kann funktionieren. Kannst du es gut halten? Ich würde schon. Ui. Aber auch die Splitter sind verhältnismäßig gut animiert davon noch. Und den Blinklisten. Ich blinklisch. Naja. Der zoomt immer auf den Boden. Cool. Wo war denn das mit dem... mit dem... mit dem Viechern? War das unten? Das war unten, oder? Das mit dem Alligator? Naja, ja. Mit dem Viechern. Da. Männchen zu? Fragezeichen. Guck mal, was noch verdippt. Das Ors rinnt. Das Ors rinnt. Aber dem kannst du auch nicht springen, ne? Ne, weil springen ist dann zurück. Was? Das gibt's die beiden. In der... In der Forschung haben sie sich noch in so'n... Riesen... Genau, in das Viech verwandelt. In... Giraffen-Ree. Whatever. Ja, aber... Ein... Ein... Eine Rehafer. Okay, jetzt sind noch viele, viele mögliche Punkte auf... Aufgegangen. Eventuell sind wir welche Kisten verstecken. Dann hast du alle Kisten zu sterben, dann kriegst du mal rumgeschafft, alle Kisten zu sterben. Geh mal, geh mal zu dem Punkt jetzt. Vielleicht kannst du da mit dem Angriff... Welchen Punkt? Ja, zu dem... Zu dem... Zu der... Zu der Band, wo du hin... Wo du drüberspringen wolltest. Ja, genau. Hier? Mhm. Pohler. Was ist hier so groß dafür? Boah, ist das öder. Verkehrsbehinderung! Ich dachte, dann kannst du mit dem Vieh dann vielleicht hier mit dem... Mit den Pohler bist du da. Ja, das dachte ich auch. Das wär schön gewesen. Ich dachte, sonst brauchst du das Gericht, brauchst du das dann drauf. Ja. Ich dachte, ich müsste es immer machen. Ich glaube, das Ding ist nicht zu bestellen. Ist egal, aber es macht Spaß. Genau. Bist du eigentlich spät? Das war's. gut? Ne. Scheiße. Scheiße, direkt. Da hast kein Power. Hm? Hm. Hm. Und... Hat mir auch dann angefangen. Ah, die sind alle deaktiviert als Tiere. Hm. Tja, welche Funktion hat das am Ende? Im Spiel eventuell? Gar keine. Ich glaube es ist nicht vorgesehen, dass du dich in solche Viecher verwandelst. Wahrscheinlich ist es einfach Dacke da, um sich die Viecher halt mal anzugucken, wie die sie bewegen. Das ist genau, ne Art Tech-Demo quasi dafür, wie sich die Viecher im Game dann bewegen und verhalten können. Weil die Dinger da, also dieses, ja, Säbelzahn, Rindviehre, keine Ahnung. Ähm, hab ich so aktiv noch in keinem Final Fantasy gesehen. Also, Kenny fühlt sich jetzt zumindest nicht, als was ich es bezeichnen könnte. Sorry, dass ich es jetzt nochmal so sagen muss, aber das Vieh anhat mich halt so ein bisschen anzieht. Wie, ganz mir gefühlt bekannt wurde raus. Es gibt sicherlich ähnliche Viecher da. Was ist, wenn du da auf der anderen Schalber gehst? Können du wirklich Gegner oder? Geschenke halten. Ne, jetzt kommen doch Gegner. Was ist denn Geschenk? Das ist nicht gut. Kann man. Aber kannst du halt ein bisschen ins Kämpfen, glaube ich, da angucken. So, dann kommt noch der große Boss. Den macht er. Stahl... Stahlgigant. Ach, Stahlgigant. Stahl ist von Fugn. Ja, das ist eine stille Schlange. Die Weiterentwicklung von Onyx. Das habe ich schon herausgefunden, was das da für eine Figur im Grund ist. Was für eine Figur? Das... Ornament. Wenn du es so willst. Das hier? Hm. Das sieht aus wie der Leviathan. Das finde ich. Ich finde es sieht aus wie... wie ein Walmitrum. Ein Digimon. Ja. Ja. Vielleicht so ähnlich wie ein Digimon, ja. Naja, okay. Irgendwann bekommst du mir bekannt vor. Ja, aber... Keine Ahnung. Das ist ein Charakter. Mhm. Was ist das? Ist das eine bestimmte Figur? Ne, das ist auch so ein typischer Final Fantasy Gegner. Ja. Wie der Stahlgigant oder andere Spielereien. Nice. Die sehen immer so... Äh... So... So komisch aus. Das ist Fettservice der richtigen Art. Hm. Das sind die einzigen, die sich nicht groß abändern. Okay. Die bleiben immer so ein... Echiger Kaktus. Finde ich ganz schön witzig. Mhm. Das einzige in Final Fantasy, was ich so richtig gespielt habe, war auch Final Fantasy 2 und was noch nicht kommt. Tactics hast du noch vergessen. Oh ja, das ist ja auch ein offizielles Final Fantasy Spiel. Das ist das einzigste, was du wirklich gespielt hast. Ja, Final Fantasy 2 halt. Aber Final Fantasy 2 war halt nicht so toll. Was ich auch cool finde, dass es eigentlich in fast jedem Final Fantasy Teil einen SID gibt. Sorry. Ne, nicht in fast. In jedem. In jedem, ja? Hm. Genauso wie Biggs und Wedge. Okay. Ich bin ja dann mal gespannt, wie hier der SID aussehen würde. Wenn's dann einen gibt. Den gibt's definitiv irgendwo. Das... Das lassen sie sich nicht nehmen. Ja. 3 AR-Kodics übrigens. Größe. Ist selbst in dem Online Game, also Final Fantasy 14. Mhm. Gibt's die... SID, Biggs und Wedge. Ist auf jeden Fall auch drin. Das ist voll. Beim 11, beim 11 weiß ich's nicht. Das hab ich nie gezockt. Hm, warum ne? Ja, das auch ne Memo ist. Das sieht an ein bisschen aus, das Bild wie ein Ü-Ei. Welches? Das hier? Ja, das ganze Linke davon, ja. Okay. Da sind überall Schiffe drauf. Überall das gleiche Schiff. Hm. Ist vielleicht ein beliebtes Schiff. Hm. Ist vielleicht DAS Schiff schlechthin? DAS Schiff Der Schiff Im ersten Moment dachte ich grad das war der Big Ben Ja, das dachte ich nämlich auch vorhin schon, aber... Könnte auch aus Venedig sein Die Kirche und der jene rote Turm da Halt auf ehem Bild, die kleistert Aber er trägt Sneakers Schwarze Sneakers Den Reflektionsshader von dem Bild finde ich ganz cool Ja, wenn da so sich das Licht in den Bildern spiegelt Ist in dem vielleicht gerade nicht so... Doch, da hat man es ganz ganz leicht gesehen Aber auch in dem Links hat es sich Zwischendurch ganz gut gesehen Da? Da? Genau das Ja, Oberflächenwarflet Bumpmapping Ja, finde ich trotzdem ganz gut Bei anderen Spielen hätten sie das halt einfach nicht gemacht, weil... Wer guckt sich die Bilder an? Hm Hätten sie in vielen nicht gemacht Okay Jetzt kommt ein Bosskampf Yeah Hm Hm Ich bin schon ein bisschen gespannt auf das Spiel Hm Wie gesagt, ich warte immer noch nach wie vor auf den PC Release Und den wird es geben Ich bin gespannt auf die Bestrafungspizza Yeah Wir haben ja gewettet Weil da war ja das dieses Final Fantasy Event Äh, wie heißt es noch? Final Fantasy Uncovered Ja Und... Äh, haben wir gewettet Und, ähm, als Strafer Haben wir uns ausgedacht, dass dann derjenige, der die Wette verliert, eben, ähm, das nächste Mal eine Pizza springen lassen muss Oh So, er hat gewettet, dass sie, ähm, ganz groß einen PC Release ankündigen Nicht groß, dass sie ihn zumindest ankündigen Beziehungsweise, dass sie ihn überhaupt ankündigen Und wenn er hat uns das groß gemacht, definitiv Mhm Doch, glaub ich schon Und ich habe gewettet, dass er irgendwie eine Art MMO-Feature mit reinbringt Und ankündigen Ja Wir haben allerdings beide Und dann standen wir jetzt vor dem Problem Da sollen wir uns jetzt gegenseitig ne Pizza-Sponsoren Wir haben hier beide ne Pizza-Sponsoren Ne, wir haben uns dann drauf geeinigt Welche Wünsche hier geäußert werden Wir haben uns dann drauf geeinigt, dass, äh, Wir haben uns dann drauf geeinigt, dass, äh, So sieht's, äh, er aus Er in diesem, äh, Farbton Er in diesem, äh, Farbton Das ist ja fast schon grau So, mach weiter, tschuldige Ähm, haben uns eben jetzt drauf geeinigt, dass, jeder von uns sich eine Zutat raussucht, die er gerne auf der Pizza haben möchte Und dann allerdings noch, da, und dann noch eine andere Zutat, die der andere nicht leiden kann So, aber wir müssen uns beide die Pizza halt teilen So, aber wir müssen uns beide die Pizza halt teilen Das hat's jetzt schon viel Kale Die ganze Zeit war das auch schon bei dir Du hast es noch nicht mitgekommen Ja, ja, ja Ich hab's jetzt mal, ich hab's viel Kale Ja, aber Ja, ja, ja Jetzt sind wir die Steuerung vor Nicht wirklich Ah, okay Was war das jetzt? Keine MP mehr Ah, okay, jetzt wegen einer Kopfschmerzen oder das war Ah, die laden sich wohl auf Ich hast schon ein Zeug Ach, die laden sich nur auf, wo du... Ich weiß nicht, was du aufpasst, deswegen ist es bei uns sonst Das macht ja irgendwie keinen Sinn Ja, das ist alles, weil ich nicht Komm, komm, komm Ey Also alles, weil ich kann da nicht so ganz aktiv im Kampf Oh Aber das lieb Ich finde, dass ich gar nicht was passiert Ja, aber Ja, es ist groß und schwer Und deswegen auch langbar Interessant, weil das jetzt so Hey Achso Oh, gute Unterschiede Wow Jetzt ist die Frage War das gekonnt? Oder Glück? Beides Konnt Unglück Das ist ziemlich gewohnt, dass wir es Oh, krass Schaden einfahren Hm, kannst du mit dem Warpangriff anscheinend später dann noch den Schaden Äh, halt Multiplizieren Und Multiplikator ausstatten Bei dem Uncovered Event hatten sie öfters mal eine In Swimper So wie ne, ähm Wie ne Kette sozusagen Ja Ich geh bitte nicht schnell Kann ich hier noch ein bisschen umgucken? Hm Ich guck mich schon noch ein bisschen um Sieht das aus wie ne völlig andere Stadt, ne? Das ist es auch Ich glaub mal das Oh ja, jetzt bist du nur Großstadt Hm, ne das ist glaub ich seine Heimatstadt Ich nenne sie einfach mal so Frei nach den Japanern Äh, nach der japanischen Regel Neo Tokyo Pfff 50.239 Oh, jetzt sieht das Wasser deutlich besser aus, ja? Irgendwie Vorher war das bloß so Wahrscheinlich ne Fitze Und jetzt ist sie halt knietief schon Ja, ja Vorher war es schon ne ne Fitze Das ist schon ganz gut Aber du hinterlässt doch keine nassen Reifenspuren wollte ich schon sagen Ja, vor allem Reifenspuren Bei Oh, ich glaub das wär dann für die PS4 auch zu viel Wenn sie übertreibst Jaaa Wie gesagt, man kann sich ja Man kann sich an Detailverliebtheit auch aufhängen Ja, ist halt Ist noch ein bisschen Jetzt bin ich aus Metal Gear gewohnt Sowas Kritisch sein ist ja okay, aber über 3M brauchen wir es auch nicht Ah, das ist noch verschlossen Da fehlt noch Punkt dafür Na, das sind wahrscheinlich die, an die ich nicht reingekommen bin Wahrscheinlich 65 Punkte fehlen nach wie gesagt Kann natürlich auch sein, dass wir mitten erst mal das Event für einen Ausgang auslösen müssen Oh, das kann auch sein Ja, das Seine ist auch schon aktiv Mhm Zumindest mal angucken Was wir da noch so eingesammelt haben Platzregen Und die Meteorbombat nur noch Das sieht ganz schön geil aus Heiligsblechle Was ein Partikel-Effekt Ne Ne krasse Druckwelle Ne 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 Da hinten rechts noch, beziehungsweise wenn du nicht umdrehst links. Naja, ich weiß was du meinst, also trotzdem noch mal kurz das Viech anwerfen. Gucken, haben wir hier noch was anderes eigentlich? Nö, frechheit. Ach, der macht sein Schwert und dann... Und teleportiert sich dann zum Schwert. Das bin ich irgendwo. Ja, ähm, so ein bisschen. Da läuft sich das in der Route. Bisschenweise in den Falle hinein. Hm. Der schmeißt aber Q-Nice, beziehungsweise Markierungen durch die Gegend. Oh, das steht Finale. Echt? Ich hab da jetzt echt Finale gewesen. Ja. Du ich aber hoch. Nö, nö, das steht Finale. Du musst doch mal richtig lesen. Du kannst doch mal richtig lesen. Du kannst doch mal auf, bitte Fremdfressen. Hahaha. Ach, wieso will ich denn immer auf die Ecke angreifen? Aha, aha. Hahaha. Was hab ich vorgesagt? Hahaha. Hallo. Machst du wirklich. Der hat sich doch den Boden durchgeboxt. Er hat mich in den Boden reingestampft. Gut. Aber okay, gut. Guck mal, jetzt sind die anderen Dinger alle an, oder? Vorher nicht so. Zumindest nett gelöst. Oh, weiß ich nicht. Stimmt das? Kein Zweck. Ah, MP wieder hergestellt. Ist nicht. Jetzt werde ich wieder MP erfüchten. Mhm. Erst das Tag nachwechseln. Mit Blätter wechseln. Kannst du mal was bewerfen? Mit dem Wasser zum Beispiel. Das hab ich ja nicht mehr, deswegen hab ich ja vorhin geguckt. Ach ja, stimmt. Ja, das ist auch gut. Dann müssen die coolen Dinger ein, die sind dann nicht mehr zu guter. Das ist jetzt schon Level 15. Mhm. Wo? Wenn du gegen Level 15 kämpfst und hast dann... Also nicht die super easy Schnitte, sag ich jetzt mal. Welche Level würdest du dann ungefähr sehen? Oh, ne. Also beim Stahlgigant ist es fast ungefähr auf dem selben Level. Ah, okay. Siehst du hier auch nicht mehr? Nee. Ausweich von... Ah, guck mal, du hast 0 TP, jetzt bist du eigentlich schon... Hinüber. Im Dunkeln sieht ja auch schon böse aus. Im Dunkeln sieht im Dunkeln gerade ganz cool aus. Im Dunkeln sieht im Dunkeln gerade ganz cool aus. Doch, eins hat es auch schon. Dann war ich immer zu doof, so was auszulösen. Zu viel Level 15 war schon viel zu viel tot. Ich glaub, das ist doch nicht die finale. Die finale. Irgendwie war das L nicht gelesen werden konnte. Oh Gott. Yes. Oh Gott. Du sagst nicht schmilzt. Deshalb hat mich gerade ein Metal Mario. Mhm. Irgendwie sowas. Zupenreden würdest du noch mal nach? Guck mal was so schönes ist. Außer nichts. Ich will bisschen heller machen. Nix Nix War noch so ein Fragezeichen? Ja, da fehlen... das waren bestimmt 400 Punkte Entweder das oder das ist auch so ein MP Regeneration Ja, das kann auch sein Hab ich das nicht eigentlich hell gemacht, sag mal? Vielleicht hast du das jetzt finstere Nacht eingestellt Ja Ach und was war das davor? Helle Nacht oder was? Ne Das war fast Ja, hm toll Bis später Abend Wiß das und was für wild? Ne, jetzt hast du... Boah krass, die Sterne sahen kannst geil aus Oh Ausbilden sie richtig Wolken ne? Die pluppen nicht einfach auf, die tauchen einfach auf oder erzeugen sich Möööö.. Möööööö Möööööön Anscheinend, das ist eine Wahrheit. Ja, später Abend. Und dann Nacht. Ja, ich glaube mal, das ist beides Nacht. Das ist halt einmal anfangen. Ich gehe mal eher davon aus, nur Tag und Nachtwechsel. Tja, das war's wohl. Okay. Mach mal hier noch. Das war das Frage-Zeit. Dann würde ich... Ja, wenn man will, dann... ...durch den, durch den Ende Warper gehst. Achso, der war ja da hinten. Da steht doch nicht da, dass es gesperrt ist, ne? Nee. Also wenn du dann durch den Warper gehst, dann machen wir doch noch eine kurze Pause. Dann machen wir Shuffle Knight rein als nächstes, oder? Ja, hat mir ja vor. Kennst du das? Nö. Sag mir zumindest nix, vielleicht wenn ich's sehe. Wenn du siehst, sicherlich hast du so irgendwo schon mal... Aber wenn du schon wieder dahinter ging, gegen das Monster zu kämpfen? Definitiv. Ach ja, stimmt. Ich dachte, da hinten war der Ausgang. Nee. Nö, ich halt das Vieh nochmal platt gemacht. Geht ja schnell. Tja. Achso, das muss man erst auf dunkelhell schalten. Damit du aufwachen kannst. Oh, 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 oh. Schau mal, dass man mit der Karre nicht rumfahren könnte, wa? Hm. Ja, aber das kannst du dann später im Spiel. Ja, wahrscheinlich ist das aber zu Genüge. Ja. Wobei, ist natürlich echt witzig, weil wir ihn dann so mit einem witzenden Rostlauben-Candylack rumfahren würden. Hahaha. Ist das jetzt so ein Kristall da, oder ist das einfach nur ein Horben, was der da hat? Beides. Das ist ein Kristallrohr. Ah, okay. Danke. Bye, bye. Danke. 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 mitnehmen das kommt doch irgendwie eigentlich sagt es gibt ja genau das ganzes Kiki eigentlich sagte da eigentlich sagte er dass er sich in seinem Namen wieder erinnern kann tut mir leid das ist wie mit denen mit dem buch ist heißen auch alle und doch auch nicht nur die diese dann hund okay du vielleicht schon ich würde das ich würde mir gar nicht erst nun kaufen also bitte keine Unterstellung hier wer die Mokre ist es ja auch keine Haustiere stimmt das ist ein pelzige Wesen so ein Karfunkel ist auch kein Haustier nur sieht so aus das ist ein pelziges Wesen mit einem steinigen Hohen roten Steinerung dann machen wir eine kurze Pause wie lange machen wir Pause eine Weile zehn Minuten ungefähr Pause würde ich sagen dann ist aber die Pizza nicht da nee wir müssen sie aber ja noch bestellen wenn ja die Pizza kommt dann kommt die Pizza und dann können die Leute dazu gucken was wir für eine ekelavte Pizza bestellen ich will Affe auf die Pizza okay dann möchte ich bitte meine eigene Pizza ja klar außer du willst dich mit bestrafen nicht wirklich hätte ich mit gewettet dann ja aber ich habe nicht mit gewettet ihr habt mich ja nicht eingereiht achso naja okay ja wie gesagt bis gleich ich mache noch ein bisschen schicke Musik rein aus dem Moment auch ich kann mich nicht mehr richtig bewegen das Alter Krüppel und sagt er der in ihr älteres das lag ich das nicht sagen in den Jungs da ich jetzt hier das Spiel leise gar nicht ich sehe die Maus nicht das muss man sich mit seiner Technik nicht auskennt ein ein und dann wie gesagt bis gleich bis gleich